Ich bin Janek. Ich wohne aus der Schweiz. Ich wohne in Zürich. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Kai. Ich bin aus Zürich und bin 17 Jahre alt. Ich bin 12 Jahre alt. Das ist sehr schön. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin in Istanbul. Das ist sehr schön. Ich bin Janek. Ich bin in Istanbul. Das ist sehr schön. Ich bin in Istanbul. Das ist 12 Jahre alt. Mein Name ist Daniel. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin Latvia, Riga. Ich bin Patik. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin Grace Austin. Ich bin Englander. Ich wohne in London. Ich bin hier vier Wochen. Ich war mit einer Familie. Eine Woche, eine andere Woche. Und jetzt bin ich hier auf der Campus. Das ist großartig. Und ich will nicht verlassen. Ich bin Elsa und ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in Stockholm, in Sverige. Und jetzt bin ich hier in Frankreich. Ich bin 12 Jahre alt. Mein Name ist Luisa. Ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne in Brasilien. Ich wohne in Brasilien. Brasília, die Kapital. Ich bin ein Jahr im Sprache in France zu lernen. Ich bin ein Jahr in Französisch. Ich habe das Gerät gesehen. Ich bin sehr schön. Hallo, ich bin Nastja. Hallo, ich bin Mika. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin Ukraine. Ich bin Ljouw. Ich bin Kriye. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin, am nächsten Mal und am nächsten Mal. Ciao! Wir sind Kristina, Camilla, Bianca, Konsolata. Und wir haben 15, 13, 15 Jahre. Wir kommen aus Torino, Lugano, Svizzera, Milano, Torino. Und wir sind hier für die Ferne. Mein Name ist Björgy, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin hier drei Wochenende. Das ist mein viermal. Mein Name ist Sonja, ich bin aus Russland, aus Moskau. Ich bin hier auf Deutsch Deutsch. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin Jack Lyman, ich bin 15 Jahre alt. Ich bin hier für ein Monat und aus den USA. Ich bin hier für die USA. Ich bin drei in den USA. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin hier für ein Monat. Ich bin hier für vier Wochenende. Hallo, ich bin Moritz Schmelz und ich lebe in Deutschland, Düsseldorf. Ich bin zwölf Jahre alt und werde hier für eine Woche bleiben. Hallo! Ich bin Inna. Ich bin Natalia und wir kommen aus Spanien. Wir haben 15 Jahre alt. Wir haben 15 Jahre alt. Nachherprompe ich zu Beginn, Sonja. Eben, es geht nach vorne! Ok, ich bin auch eine Lunde. Nein, ich bin an, bitte bitte. Sonnene, du wirst du WIN. Nun, du wirst du WIN, du wirst du WIN. N dij äh, genau das.